jetzt wird es einfach mal wieder zeit es ist der tag der moment zeit ist einfach wieder da um ein video zu machen es wurde einfach zeit es hat gereicht so lange keine videos man so lange keine richtige und gute zeit dafür gefunden doch jetzt ist das fucking nice moment in my life wieder wo ich ein bisschen videos produzieren kann und herzlich willkommen tun sie es wieder mal am start und ich tue euch sehr gerne begrüßen zu meinem 1100 abo spezial special erstmal dankeschön an alle leute die mich abonniert haben sehr freundlich von euch und dafür gibt es natürlich auch ein nächstes also ich hoffe natürlich dass euch gefallen tut ein nächstes video da ich mir letztens okay was heißt letztens da ich mir vor einer weile den saison pass gegönnt habe natürlich als er rausgekommen ist habe ich gesehen dass ich hier noch zusätzliche packs habe und diese kaugummis und ja ich würde mal sagen ich öffne die packs und dann zocken wir noch zusammen eine runde im multiplayer ich habe mega lange nicht mehr gezeigt und dann zocken wir einfach zusammen eine runde und ja da will ich mal sagen let's to go ich denke wir fangen erst mal mit denen an zeig mal wo kommt schon also ich will irgendwas obergeiles sehen okay legendäres seltenes oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja leute was geht euer todsee oh mein gott die l4 siege lecker oh mein gott nice oh mein gott das fängt ja schon mal richtig gemütlich an schon mal richtig aktiv und ihr seid natürlich immer dabei alter richtig chillig die gehe ich mir direkt gleich mal angucken oder warte ich gucke mir die jetzt mal ganz schnell an es gibt ja eine oder zwei ich weiß gerade gar nicht wie viele waffen das neu gibt oder warte ich mach mal hier schnell gleich mal gucken gleich mal gucken welche ist das denn welche ist das denn die neue ist hä wo ist denn die denn ist das eine mg alter welche waffe war denn jetzt neu ah hier nice alter ist das eine bazooka geile sache alter die sieht ja mega krank aus denke was ist das für ein gerät man damit wird sofort getrick schottet alter keine gnade man damit mache ich direkt tricks alter alter richtig geil okay dann würde ich mal sagen weiter geht's und let's see go komm schon gib mir noch mal sowas episches und was sind das nice eine epische tarnung für die m8 okay die tarnung ist jetzt nicht so bombe okay seltene geste cool komm schon ich will irgendwas episches nochmal nein jetzt kommt nur müll alter jetzt kommt nur müll warum bekomme ich so packs alter und dann bekomme ich nur so einfache dinge so richtig normale sachen es gibt es doch nicht eine legendäre aufsatz jetzt kommt was seltenes ich bin helse da leute ich habe es gespürt aber ich habe direkt beim ersten pack eine neue waffe und sogar noch bazooka gezogen jetzt kommt was legendärs glaube ich oh nice alter lol nice psychedelischer spektrum kopf cool und eine coole tarnung für die kuda das sieht auch boah das sieht alter nice das ist ein geiles pack gewesen cool ok nice auf zum nächsten paket na jetzt kommt jetzt kommt nix wie ich das einfach wusste okay ich habe noch drei versuche nochmal irgendwas unglaubliches zu ziehen es ist möglich jetzt kommt was legendärs oder auch nicht oh cool eine nice visitenkarte sind das ninjas lol noch zwei versuche im grunde sechs jetzt könnte was violettes kommen alles klar was ist das brandfieber break spot ok ok das ist mein letzter versuch mein aller letzter versuch legendär selten und eine vespa ok und da würde ich mal sagen ich denke das sind mal kaugummis oder täusche ich mich da oder oder ist das auch hier ah nee das ist hier was rede ich da ja 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 zweimal was obergeiles ja nice nice ja guck ja oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott so läuft die sache ganz genau so und nicht anders alter ganz genau so läuft das alter So, wo war die Tarnung? Hier. Boah, Alter, das sieht ja krank aus. Das erinnert mich an Black Ops 2. Äh, diese... Oh, wie hieß die jetzt, Mann? Boah, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die sieht ja mal fett aus. Und eine andere neue Waffe. Yes, Alter. Genau, das wollte ich, Mann. So muss es sein, ey. So muss es sein. Ähm, ich denke, das war hier. Hä? Oder war das nicht hier? Lol. Wo war das denn? Bin ich behindert? Ich hab doch eine neue Waffe gezogen gehabt, oder war das keine neue Waffe? Kann man irgendwo nachgucken, was man alles neu gezogen hat. Das ist nämlich gerade Wunder. Dann hab ich das anscheinend falsch gesehen, oder? Nee. Äh, gleich mal gucken, was es hier gibt. Freischalten. Lol, wie das aussieht. Gleich mal gucken. Hä? Ich hab gedacht, ich hab so ein Ding gezogen. So eine neue Waffe. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich check die Message nicht, Alter. Alter, da war doch eine MK40, oder so. Ah, hier! Ja, ja! Boah, nice! Ey, bin ich so auf... Alter, nee, ich bin einfach zu gehypt, Alter. Das ist das die ganze Zeit übersehen, aber ja! Yes, Alter, nice! Ich hab's einfach die ganze Zeit übersehen. Lol, das ist mir jetzt richtig auf... Alter, es soll jetzt echt nicht arrogant wirken, aber ich hab's so lange nicht gezeigt. Ich freu mich gerade so unmenschlich. Oh, mein Gott, liebe Freunde. Da würd ich mal sagen, dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Letziger. Der war so drauf, Alter! Warum macht das nicht geltet? Nee. Oh, nein, pass auf! Lol. Ich mach Trickshot mit Ding, aber nicht mit Absicht. Lol, Alter. Keine Vorwarnung. Nicht mit Absicht, aber lol. Keine Gnade, Alter. Hahaha. Eiskalt, man juckt mich einfach nicht. Hahaha. Yo. Da, mein erstes Spiel nach 10 Millionen Jahren. Das war's schon, liebe Freunde und Zuschauer. Natürlich einfach Freunde, aber haut rein, wenn es sich gefallen hat, wie üblich. Gönnt gerne. Pommesitter, 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 Pommesitter. Bitte abonnieren und like, verblenden. Auf, meine Familie. Haut rein, lasst ein Like, einen Kommentar, ab und peace. Oh, nein. HAH NEEEIN! Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Es gehörte zu meinem Trickshot. Ich wollte das nicht. Was? Oh, nein. Keine Vorwarnung. Ich vergebe für das. Holen, Rickshot. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. E-Yoo. Aber ich, das war nicht ge... But for too long, the curtain's coming down. And the cool, cool rock is hitting right back out of town. Ich weiß. I- получriert ein Schuss. Ich weiß, was ich nicht heute will. Und wie were... ich weiß, was nix ist. Beide ich heute sage, hab ich gerade selbst schon geschenkt gemacht. Ich hab irgendwas. Ich dachte, ich hab die Kamera hoch. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuu. Nein, dieser saftige Möre! ARD Text im Auftrag von Funk